Was Gutes? Seite 17? Die Nominierten vom Cash & Quote Award stehen fest. Ich krieg die Krise. Der musst du schon Beulen haben am Kopf. Ich liebe dieses Spiel. Ältere Menschen in einer Kindernachrichtensendung? Ja, warum denn eigentlich nicht? Omis und Opis sind einfach goldig. Wir, die Klasse 4c, haben uns zum Logo-Ende viele Gedanken gemacht. Wie wär's zum Schluss mit einem Sketch? Von Schülern für Schüler. Es ist Logi, der Papagei und er fliegt kreuz und quer. Übers Land, über Berge und das Meer. Und es ist etwas Spannendes dabei. Der Land, über denándet. Danke, nirgends. Vielen Dank.